Herzlich Willkommen! Vor ziemlich genau 100 Jahren, am 16. Dezember 1921, ist der große französische Komponist Camille Saint-Saëns gestorben. Wir haben also ein Saint-Saëns-Jahr gerade. Er war auf einer Reise in Algiers und ist dann aber überführt worden und in Paris beigesetzt, auf dem Montparnasse-Friedhof. In Paris hatte er natürlich auch gelebt, da war er auch geboren 1835. Sein bekanntestes Werk ist sicher seine große zoologische Fantasie, so nennt er das, der Karneval der Tiere, deren Veröffentlichung er aber nicht zugestimmt hat zu Lebzeiten, die ist dann erst posthum verlegt worden und sehr berühmt geworden. Ebenfalls bekannt, seine symphonische Dichtung La Danse Macabre, Totentanz. Mit dieser hat er das Xylophon in das symphonische Orchester eingeführt, sozusagen. Ebenfalls sehr berühmt, seine große Oper, Samson und Dalila. Außerdem gibt es viel Orchestermusik von ihm, unter anderem sein Cello-Konzert A-Moll, welches wir letztes Jahr im Silvesterkonzert aufführen wollten. Ist dann aus den bekannten Gründen nichts draus geworden. Wir versuchen es weiter. Ja, Saint-Saëns, also 1835 in Paris geboren und war gleich ein Wunderkind. Mit drei Jahren konnte er schon lesen. Mit sechs Jahren schrieb er seine ersten Kompositionen. Als er sein erstes öffentliches Konzert in der Salle Pleiel in Paris spielte, war er elf und seine erste Sinfonie hat er mit 15 geschrieben. Dann auch mit 16 war er schon Student am Konservatorium in Paris, hat Klavier, Orgel und Komposition dort studiert. Fast 20 Jahre lang war er Organist an der riesigen Madeleine-Kirche, wenn sie mal in Paris waren, eine ganz besonders imposante Kirche. Und vorher war er in Saint-Sévrain Organist und in Saint-Méry an einer Cavé-École-Orgel auch. Nicht zuletzt deshalb hat er auch viele Orgelkompositionen veröffentlicht. Sehr bekannt ist ja auch seine große Orgelsinfonie, die wir 2016 im Weihnachtskonzert vor fünf Jahren hier gemacht haben. Wobei da der Organist fast nichts zu tun hat, außer ein paar schicken Akkorden. Die Fachleute verweise ich sehr gerne auf die neue Fassung, ganz neu erschienen von Guy Beauvais. Wo er für kleines Orchester das Stück arrangiert hat und den Orgelpart dann wirklich groß gemacht hat, sodass das wirklich ein Orgelkonzert geworden ist. Ganz ganz tolle Fassung gibt es auch schon, eine CD davon. In den 1880er Jahren galt Saint-Saëns als der größte Komponist seines Landes. Dann ist sein Stern so ein bisschen verblasst. Der war immer noch ganz berühmt natürlich, hat auch konzertiert bis zuletzt. Aber das war so ein bisschen ähnliches Schicksal wie bei Max Bruch auf deutscher Seite. Der ist 1920 gestorben und auch Romantiker gewesen und dann eigentlich so ein bisschen aus der Mode gekommen, ins 20. Jahrhundert hinüber geragt sozusagen. Also einer vergangenen Epoche angehört und dann einfach ein bisschen ging die Zeit über die beiden Komponisten hinweg. Aber das ändert nichts an ihren großartigen Werken. 1916, also schon durchaus in hohem Alter, gab es eine Bronchitis-Erkrankung bei Saint-Saëns. Er lag da nieder, ans Bett gefesselt und hat angefangen seine 7 Improvisations, 7 Improvisationen niederzuschreiben. Nach einer Pause von 10 Jahren, er hatte vorher einige Zeit nichts für Orgel komponiert und dann kam dieses Werk, Opus 150, aus dem ich ihn jetzt etwas spielen möchte. Der Zyklus wurde dann 1917 vollendet, ist Genjigu gewidmet und der Komponist hat ihn dann auch selber uraufgeführt. Die Stücke sind durchaus ein bisschen experimentell. Zum Beispiel das erste beginnt mit so einem Ganztonfeld, ganz eigenartige Stimmung. Ich spiele ihm das letzte Stück, das ist so ein Rausschmeißer, Allegro Giocoso, also freudig, steht oben drüber. Aber es ist ein heiter, bewegter Satz, so im alten Stil, kann man sagen. Also es bezieht sich so ein bisschen auf den Tanz der Forlan, Barocktanz. Zum Beispiel von André Comprin, kennt man solche Forlan. Oder auch von Bach, von vielen anderen Komponisten, Couprin und so weiter. Also ein schneller Dreiertakt, der da so eine Art Tanzfigur, einen Chaos andeutet. Was denn Sassons aber nicht hindert, durch alle Tonarten durchzugehen. In dieser klassischen Form bedient er sich aber aller romantischer Mittel und moduliert ganz knackig. Kein langes Stück, nicht mal vier Minuten, aber sehr effektvoll, finde ich. Ich grüße damit meinen verehrten Kollegen Klaus Evers in Bad Kreuznach, durch den ich diesen Zyklus mal vor kurzem kennengelernt habe. Ich kannte die Stücke vorher nicht. Und ich grüße auch Ulrich Böhme in Leipzig an der Thomas Kirche. Dieses letzte Stück, was ich jetzt eben spiele, habe ich bei ihm kennengelernt sozusagen. Ich war im Mai auf Sauerorgeltour, weil wir ja unsere Sauerorgel restaurieren müssen demnächst. Und da war ich unter anderem auch in der Thomas Kirche Leipzig und habe an dieser Orgel gespielt. Und als ich reinkam in die Kirche, hat Ulrich Böhme gerade dieses Stück gespielt. Ich kannte es damals noch nicht, habe nur drei Töne gehört davon, aber war sofort begeistert von dem Klang und von der Atmosphäre. Und habe dann gefunden, das Stück möchte ich auch unbedingt spielen. Ulrich Böhme ist gerade jetzt in den Ruhestand gegangen nach 36 Jahren Tätigkeit als Thomas Organist an diesem bedeutenden Posten, auf diesem bedeutenden Posten. Also herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Pensionszeit. Und allen Zuschauern und Zuhörern auch eine gute Zeit und einen schönen Advent. Bis bald. Tschüss. 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 Amen. 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 Amen.